Herzlich willkommen hier zu FIFA 13, die Demo, Demo, live bei SpaßkickerLP, natürlich nicht live und wenn ihr direkt eine Neuerung entdeckt, die will ihr gleich mal wieder vorstellen, oder? Und ich seh da oben Matchday, diesen grünen Dings da in der Mitte, ganz zentralen Unterstatistik. Hier seht ihr, bei Dortmund und Arsenal sind ja 8 und 6 und da seht ihr unter den Werben, wo jetzt gerade nicht verschwinden, bei Arsenal 6 fallen nach oben und 0 fallen nach unten, Dortmund 4 fallen nach oben und 8 fallen nach unten. Das bedeutet, dass sich 8 Spieler, oder wir boten mal, die Spieler sich gesamt um den Wert von 8, oder 8 Spieler sich verschlechtert haben vom letzten Spieltag, weil sich das absolut aktualisiert, wenn man das will, man kann es auch ausstellen. Also wir spielen quasi mit den live, mit den live Leistungen quasi, mit den Punkten. Aber ich glaube eher, dass es insgesamt 8 Punkte Minus hat und 4 Punkte. Nein, 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 8 Spieler Minus. Ich hab aber keine Ahnung. Also es ist jetzt schon aus, Dortmund hat im letzten Spiel der Unentschieden gespielt, deshalb haben sich ein paar Spieler verschlechtert. Ich hab heute den 8 Spieler, Arsenal, sie haben gewonnen, deshalb Spieler plus auf der Bank. Gar nix, also hier, ja, hoffen wir nicht sowas. Ah, ja, Amateur-Mannschafts-Z auch. Walker pack ich rein, der kommt für... Oh, Kling, Chamberlain. Gut, Arsenal ist bereit, ich bin Arsenal, Benni Storm und gleich zum Anfang, wir konnten leider den hässlichen Scheiß... Was muss ich jetzt machen? Nö, lohnt sich überhaupt nicht über den ball. Du hast gebraucht. Der markierten Spieler... Da hinten links... Sag du es mal mit dem tonig, was ich kiffe. Und wir konnten leider den tot... Loll, darf ich überhaupt nicht hinpassen? Ja, du musst einfach was. Was immer. Wir konnten den tot leider nicht unterstellen, weil das dir der Demo nicht ermöglich ist, bleibt low. Arm auf, wenn du bist und jetzt klicke auf die Tatstelle, wir wollen dir jetzt den verpassen. das macht ja schon mal eine flanke ja da kann schon flach passen also ich habe eine flanke schlagen das bringt sich auch was sie dem ganz hinten da der verlogan dran ach komm ich mal geht es hier direkt zum einfangs trailer mit musik sogar richtig schönes tour willkommen jetzt in der einzige stelle der bestes in der demo gibt ich kann verraten wir haben das ganze spiel gerade schon aufgenommen aber ich habe den tor nicht aufgenommen der der und dann hatte über 75% Platz, und dann haben sie ja nicht mehr Torschläge. Er hatte damals so viele Torschläge und 15% Rhymesits. Er hatte zwei Torschläge, ich eigen halt, das war ein relativ Strap-Game. Wir waren beide einmal gefährlich vom Tor, er hat so getroffen dich nicht, so kann man sagen. Das heißt, rein offiziell ist es quasi unsere zweite FIFA 13-Pazzy. Offiziell? Offiziell? Aber natürlich das erste Video. Und direkt am Anfang war alle Leute, die sich von der FIFA 13-Demo, ja, die ist von PC mittlerweile rausgekommen, für ein paar andere Plattformen auch schon. Ich weiß zum Beispiel, für PS3 wird sie morgen rauskommen. Auch heute nachts um 23 Uhr vielleicht, aber das ist eine falsche Hoffnung für alle PS3-Spieler. Ja, also auf jeden Fall, ähm, was soll ich hier sagen? Genau, die Demo könnt ihr euch wunderladen auf Origin. Das heißt, ihr braucht Origin, um die Demo zu spielen. Das heißt, die Leute, die vorher schon FIFA 12 gespielt haben, die kriegen eh einen Hinweis, wenn sie Origin starten. Hey, Lust, auf FIFA 13? Wurde doch die Demo! Also auf Origin könnt ihr euch das Ganze wunderladen, und ansonsten, glaube ich, glaube ich sonst nicht. Ich glaube, das macht EA mittlerweile noch bei Origin. Ja, und die Aufstellung von Arsenal. Ich habe alles so gelassen, außer Wolves reingepackt, wo der Chamberlain und ich wohne. Es war, dass Manone im Toursabend hat letztes Spiel so einen Hammer-Schuss von Benni gehalten, dass sie ihn einfach drin lassen, und nicht den komischen Pole reintun. Und sein Hammer-Schuss ist mir leider reingegangen, und meiner hat seinen Typ gehalten. Ja, das war der erste Dortmund mit Blaschikowski, ohne Großkotz. Ja, der für Götze. Ich hätte auch zugespielt, aber... Dortmund spielt sowieso nicht, jeder 50 Spiele pro Saison. Ja, ich meine, im Mittelfeld wird eh immer schön durchgewechselt. Ja. Mich fühlen wundert sogar auch, dass Götze immer wieder auf dem Flügel spielt, und Reus im Zentralen auf dem Saison. Also ich weiß, hat Reus in Gladbach auf dem Flügel gespielt. In Gladbach hat er als hängende Spitze gespielt. Also ich, wenn ich, Dortmund wäre ich, wird Götze im Zentralen gespielt, und Reus außen packt. Aber in Gladbach hat... Muss jeder selber besagt. In Gladbach hat Reus nämlich als hängende Spitze gespielt. Ja, da war er ja einziges da. Pass auf Reus und außen. Also so ist das Spiel habe ich gewonnen, leider nicht per Aufnahme kommen wird, dadurch, dass unser Mikrofon gespackt hat. Das alte noch, ich habe mir ein neues bestellt, ich sehe das Bild auf Twitter. Ja. Also ich habe es noch nicht getestet, aber da muss ich noch ein paar testen, aber ich hoffe mal, dass es in deinem Chat so gut ist, wie sie... Genau so arbeiten wir auch daran. Wir arbeiten, dass ich ab 5.30 Uhr endlich in Folge mit ihren drei Videos genießen kann. Das heißt, keine schwarzen Balken mehr. Ähm, wir arbeiten. Ob wir es hinkriegen bis zum Start, ist die Frage, ich habe schon einige Programme getestet, einige sind auch einfach nur zu blöd und zu kompliziert, weil ich dafür nicht studieren will, um so ein Programm zu kapieren. Andere Programme haben die, viele Videos in komische Programm-Dateien umgewandelt, so dass sie umgekehrt, so dass sie um 30 Bilder bei Material, Videomaterial haben, im umgewanderten Format. Und das ganze Ganze, also bis es umgewandelt ist, bis es voll wird. Es hat 4 oder 5 Stunden gedauert, das war auch zu blöd. Bisschenlein machen wir das Ganze per Windows-Live-Maker, das heißt, wenn ihr da Ideen habt oder Tipps habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin dort aber zu wunderschön, nicht der Editor, als Nachverteidnis, wie bei uns. Wir arbeiten. Wir arbeiten. 2-2-Mainz. Das ist jetzt los, aber wir spielen jetzt auf 5-Gall. Ich muss sagen, wir haben ja schon ein Spiel gespielt, das heißt, Überraschungsfaktor ist natürlich für uns weg, für uns ist da viel leichter. Außer ihr habt das Ganze auch schon getestet, auf dem Routen, oder halb selber Hunde geladen auf. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich habe das Ganze jetzt am Anfang einfach mal schnell eingestellt, wenn wir noch schnell ein Video raushauen wollten, weil ich doch gehen muss heute wieder, weil wir nicht wirklich viel Zeit haben. Ja, du musst glaube ich Füßballtraining unten. Ich gehe vielleicht Füßballtraining drauf, wie das gerade. Auf jeden Fall, deshalb haben wir die Grafik jetzt auf sehr hoch gestellt, und die Auflösung auf 1.200, bei 1.400, wie man da ist. Aber ich muss sagen, die Spieler gefangen, in dem Film gefällt es mir gut zu mir, aber im Spiel selber her, muss ich sagen, es ist ein bisschen verpixelt und muss ich halt dann noch einstellen, entweder im Laufe des Tages, wo ich noch Zeit habe, oder sogar halt. In den nächsten Tagen, aber FIFA 13 wird auf jeden Fall perfekt eingestellt. Was mit der Demo hier passiert, keine Ahnung. Da gefällt mir die Spiele noch nicht so gut. Aber es ist ja nur eine Demo, also er sagt jetzt so circa, da ist auch noch einiges gelb. 15% bei PES waren es, glaube ich, 80%. 80% bei der zweiten Demo jetzt. Aber PES ist ja echt richtig schön. Ich weiß, die erste Demo, also die erste Demo habe ich echt gehabt, mit dem Defender. Also, soll man das Team neu verteidigend sein. Natürlich, die Verteidigungsmodus wird immer verbessert, aber jetzt hier ist man dann, mir fällt er meistens relativ wenig auf, weil ich eigentlich immer für eine gleiche Art der Verteidigung das nicht verteidigen, mit einem Haft zu drücken, das machen sie nicht. Also, Fans auch nicht dazugekommen. Das ist ja eigentlich richtig geil, wie wegen so dem Basketballspiel war das, glaube ich, wo dann die Fans auch ab und zu welche Aufstehen sich erst Trinken holen. oder beim, oder beim, wie heißt das wieder? Ähm, Freiwurf, dann irgendwelche Dinger rausholt und einfach so abzudecken. Fehlt mir noch ein bisschen die Fans, das muss ich sagen, oder? Und es war Ende. 2009. Oder bengalische Feuer, also die Fans in FIFA haben auf jeden Fall auf jeden Fall noch Nachkommen mit auf die Fans. Ansonsten, das Spiel wieder besser geworden, von Grafiker, hat sich nicht viel geändert. Und, ist halt, man kann sagen, FIFA hat so für ein paar kleinen Änderungen hätten sie sicher auch einfach nur als Add-On rausbringen können, aber wären sie ja dumm. Ansonsten, vom Spielmodi her, soll ja die meisten Änderungen kommen. Oh nein. Für Ultimate Team Karrieremode soll ja einige Änderungen geben, dafür jetzt auch Nationalmannschaft von Spielzeugen. Können wir noch nicht beurteilen, ansonsten, bislang, richtig geil, Podolski. Podolski! Toll, gut defended! Und da haben die Fans gerade einen Elfmeter gesehen, haben protestiert, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, weil der Ton ist eh so Sackler, das heißt, ihr müsstest geurteilen. Oh ja, tut es leid, tut es leid, wir könnten es in der D4 nicht umstellen, ich hoffe, man hört uns einigermaßen an zu uns, und du musst halt, dass LP ohne Game Sound für uns, ohne Kommentator, ohne Game Sound, falls ihr uns nicht verstehen solltet. Wir haben das mit der extra Aufnahmelehrt, Lautstärke 100% gemacht, vielleicht auch mal zu uns, nach uns schon ab und zu schlechten, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir es nicht wirklich nicht verstehen wollen. Oh Mann, da wurde es zu vergeschieden. der hat mich gerade angekotzt. Sein kompletten Speicher, ob man die Speicher über den Aufnahmeplatz verstreut, gerade bei seinem BAM Ruf. Ach, wenn ihr wisst heute, wie dumm man die doch aussieht, dann add it in Origin, dann wird das ganze dann, also da werdet ihr es jetzt befinanzieren. Nutze Info, falls ich einige von euch in Origin gelöscht habe, auszusehen. Das liegt daran, dass ich außer Twitter, weil es so viele Leute da waren, die ich nicht gekannt habe, nur dass es einfach so auf den Sack gegangen, und die Leute, die jetzt wieder mit mir befunden sind, schreibt einfach wieder über Kommentare, bleibt dabei, ich spiele wieder gern gegen euch, aber ich habe einfach mal außer Twitter, habe dann die, wo mir eingefallen sind, da habe ich für den Team, jetzt hat er zu tun, ich habe nicht mehr gebraucht, ich habe vergessen, oder einfach gebraucht. Oh, Weidenfeller, so komisch aus. Alter! Du willst ja jetzt ernsthaft so go, 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 go! Schiru! Oh, kannst du die Vertreinze geben und direkt unterlöschen das? Also was kannst du denn dann sagen? Und das ist der typische Flieferpatzer. Ja, du kannst mir den Ball ausschenken, du weißt doch ganz genau, wenn es illegal ist. Oder? Okay, geht mit dem Ball. Geht mit dem Ball, ich kann es mal fair play. Geht! Fair play! Hallo! Ich bin Eigentum schießen. Das ist da, du hast es. Fair play FIFA 13. Ich will dich so anfangen, wie FIFA 12 hast du und gleich wird. Hier hast du dein fair play, ich habe Eigentum geschossen, bist du zufrieden? Das hier... Ne, Ball nachher ist aber behalten, weil ich... Ball nachher ist behalten, aber du weißt ganz genau, ich habe dir die Internetseite gezeigt. Das ist ein illegales Spiel. Thomas? Das ist sehr schnell. Wo ich jetzt sagen muss, Arsenal hat eigentlich den Sieg verdient, welche Wurschen von der Oki-Gott haben. Okay, es spielt Zett natürlich für die ewige Spaß gegen die Battle, das heißt, weil es so wie gesagt, Zett spielt für die ewige Spaß gegen die Battle, weil es natürlich zählt für die ewige Spaß gegen die Battle. M.D. findet ihr natürlich auf unserem Kanal verlinkt außen. Schaut rein, ist richtig cool. Mir gefällt sie. Wird regelmäßig aktualisiert. Schrecklich. Wow! Jedes Mal wird ein Spieler hochgeladen wird. Lewandowski! Lewandowski mit der Rolle! Der neue Geflugger, 2-1. Ah, der wurde abgefällt. Wieso habe ich für Blake gespielt, Mann? Der Schuss wurde voll wie viel abgefälscht. Gut, guck dir das mal, wie er da rein gespringt. Wow! Der wird angeschossen! Dann macht er direkt die Rolle. Super! Der Schuss! Irgendwann Poski! Ja, ist gut! Zum Beispiel. Welche Teams gibt es noch in der Demo? Können wir noch sagen? Es gibt... City, Juve und V.A.B. Es gibt... Nein. Es gibt Arsenal, Manchester City, Dortmund, Juventus Turin und Azir Mayland. Keine Spanische Mannschaft. Und zwei italienische Mannschaften. Ich versuche, ich vermute einfach mal, würde ich sagen, dass sie damit vor allem um den italienischen Markt antworten. Ich habe nicht mal von einem Freund gehört, der in Italien im Mediamarkt, wenn man sich der FIFA 12 kaufen wollte. Gibt es das in Italien? Weil ich weiß, in manchen Läden, gerade in großen Läden, fast gar nicht, nur in richtig gut sortierenden Läden, dort wird meistens nur Pests verkauft. Aus dem Grund, dass es halt die Serie A einen Pests gibt und Bundesliga brauchen ihn nicht unbedingt. Oh ja, vielleicht probieren sie gerade mit der Demo jetzt, wo sie zwei italienischen Mannschaften vorlesen, gerade den Verkauf von Italien anzutreiben. Weiß ich nicht genau, vielleicht sind die auch in Asien beliebt als Real. Barca kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es wird sich ja einen genauen Sinn. Vielleicht wollen sie ja die guten spanischen Mannschaften nicht hinzufüllen, dass es vielleicht irgendwelche Idioten gibt, die immer Barca gegen Kals spielen und es in dem Demo spielen. Ja, auch eine Möglichkeit. Also 1-2 gegen Dortmund, ich würde sagen, nur weil ich Verplay gespielt habe, das sieht man es, wenn man Verplay spielt, muss man dafür bereuen. Das kostet mich doch schon wieder an. Das war, guck mal da, der blockiert einfach nur, das ist halt auch ein Wichser. Jetzt guck mal die Tore an. Okay, Giroud spielt das Spiel. Also Giroud, wie schon im letzten Spiel, wo der Ton nicht da war. Und Kuba? Ansonsten, sehen wir uns beim nächsten Spiel. Ich muss mich beeinigt, ich will noch einen Thumbull für FIFA 13 DM erstellen. Oh ja. Bis dahin, ciao Leute. Morgen gibt es hoffentlich ein nächstes Video davon, oder FIFA 12, das wir noch haben. Wir probieren jetzt, bis FIFA 13 anfängt, alle Teams mal so durchzumischen, dass jedes Team ab und zu mal kommt. Das heißt, Arsenal und Dortmund werden nochmal ihre Chance kriegen gegen City, Milan oder Juventus. Ansonsten bleibt ein paar Leute und ciao. Und ich hoffe, der Ton war nicht allzu schief. Ciao.